Und die Skulptur steht. Ein super schönes Fleckchen haben wir gefunden zum Thema Mutig sein Herz weit öffnen. Das Rad der Gefühle und Bedürfnisse. Unsere Gefühle geben uns Hinweis für Bedürfnisse. Und deswegen sollte man alle Gefühle fließen lassen. Mutig sein Herz öffnen, alle Gefühle fließen lassen. Und die Bedürfnisse. Und hinter all deinem Nassen bist du frei. Mit einem Gedicht. Sehr leise, damit man seine Sinne hüten kann. Hier können die Besucher dann Mut pflanzen. Aber wo Mut und Verantwortung zusammengehen, erblüht Schönes, Gutes und Friedvolles. Untertitelung des ZDF für funk, 2017